So besser? Ja, ich glaube. Ja, I'm trying. Also. Äh, wohin denn jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Wo bist du jetzt? Äh, ich gehe nochmal zum Kraftwerk. Okay. Du? Äh, ich hole nochmal ins Bett. Was war das bei Orden? Wo? Tja. Mikro-Puster. Verdammt. Neul-Taruga. Ein wildes. Clevel. Siebzehn. Hä, wo ist es denn? War hier keine Arena? Klar war hier eine Arena. Wo? In Lavandia. Ne gute nehmen mich. Ah, 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 ah. Oh Gott. Oh Gott. Was los? Oh, kann auch noch. Ich weiß gerade nicht so recht, wo richtig ist. Wo bist du, bist du noch mein Kraftwerk? Äh, ja. Und kommst du da weiter? Ne, also kurz davor. Jetzt bin ich drin. Ne, ist alles noch gleich. Oh, du musst du da noch mal hin. Wieso muss ich da hin? Weil du da noch nicht warst, ich schon. Ich war da schon lange. Ja? Ja. Wann denn? Ja, als du auf dem Weg warst, da oben Misty-Klutschen zu pennen. Oh, du musst du auf dem Weg warst, da oben Misty-Klutschen zu pennen. Und bist du sicher, dass es den Kraftwerk nicht weitergeht? Oder geht's weiter? Nein, da sind nur zwei Räume. Du musst nur mit dem Direktor sprechen, oder? Was hast du mit deinem Headset gemacht? Du bist zwar jetzt nicht laut, aber du postest ins Mikro. Na ja. Na ja. Äh. Du, 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 du. Und was machst du jetzt, wenn man angeblich im Kraftwerk nichts ist? Keine Ahnung, wo ich hin soll. Du? Ja, also Kraftwerk, ne? Du? Ich bin in der Arena. Welcher? Ja, Pflanzen. Die Flanz Arena. Ja, Pflanzen. Ja, Pflanzen. Loob Schuss So Melugia ist fast 51 und du fustest wieder ins Mikro und das so langsam müde Nein klar Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Ja Feuer oder Paras down Okay Jetzt setzt die Parasek ein Dann fliege ich doch mal hoch empor Und jetzt Kalabash runter und down Schutzflug und Parasek ist noch noch ist tot Bingo So Das letzte Pokémon ist Owei Was ich mit einem Luftschuss wegknallen werde So Luftschuss Und damit habe ich Level 51 erreicht und bin wieder beim nächsten Leiter Was machst du da? Nimm dein Headset aus dem Mund Du bist nicht eingeschlafen oder? Du bist nicht eingeschlafen oder? Hört ihr das? Hey Du bist eingepennt du Bette in die du Bob Deine Mutter Du bist eingeschlafen oder? Du bist eingepennt? Ich bin null eingepennt Hallo Ich hab dich schnarchen gehört Ich hab dich schnarchen gehört mein Freund Ja Genau Ich hab's auf Band Ja Ich hab's auf Band Ja Du bist eingepennt Ich bin doch nicht mal zum schnarchen Ich bin doch nicht mal zum schnarchen Ich bin doch nicht eingepennt Du bist eingepennt Du bist eingepennt Die Süd Er schafft es wieder nicht Was ist los mit dir? Ich bin doch gar nicht eingepennt Jaja, dann ist ja alles in Ordnung, ne? Ja Wird So, wo? Bärchenwurst Hä? Bärchenwurst Was für Bärchenwurst? Lief gerade in der Werbung Wohin muss ich denn jetzt? Ja, das frag ich mich auch Wohin musst du denn jetzt? Wohin bist du denn denn? Looftschuss Ich bin in der Arena, wo du schon warst Ich bin in der Pflanzen Arena Achso auch Ja, jetzt hab ich das Mikro zu pustern Bin doch nicht Nein, das ist der böse Nachbar von dem Mal Ach, ne Luftschuss Attacke ist sehr effektiv Na, pass ein Ja, ich Ich Haha Davon träumst du nachts? Wer hat denn das letzte Mal so übelst verkackt? Wie du, weil du eingepennt bist, wie immer Vor allen Dingen Vor allen Dingen Weil ich eingepennt bin Junge Ich hab alles auf Video Trotzdem bist du eingepennt, das war nur eine Einbildung Naja, das ist nicht das Einbildung Hör doch mal auf Hallo Was? Wo ist das volle Möhre? Hahaha, da kann ich nix drüber Hallo, das war die letzten vier Stunden nicht so Ich hab nichts verändert Ich sitze vier schon in der gleichen Position Jaaaa, jetzt gehts aber echt los Hahaha, was? Was? Warum klopst du auf dein Mikro? Ey, du warst ein Kack Ok Kannst du ja irgendwann mal die Aufnahmen anhören Oh, neue Aufnahmen